Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen an Kehrwieder 12. Mein Name ist Kai-Michael Hartig und ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Diskussionsabend, zu diesem Abend im Rahmen des Begleitprogramms von EPEA und ich tue das auch im Namen meiner Kollegin Hilary Schmalbach, die in deren Händen das Projekt EPEA bei uns hier im Hause der Körperstiftung liegt und die auch den Anstoß zu diesem heutigen Abend gegeben hat. Wir freuen uns sehr über das Interesse an diesem Thema und an dieser Diskussion für diejenigen von Ihnen, die das Projekt EPEA noch nicht kennen oder auch vielleicht noch keine Gelegenheit hatten, das Projekt oder die Ausstellung in den Deichtorhallen im Haus der Fotografie zu sehen. Was ist EPEA? Was ist der European Photo Exhibition Award? Das ist eine Kooperation von vier europäischen Stiftungen, einer Stiftung in Italien, einer Stiftung in Portugal, der Gulbenkian Foundation, der Friedort Foundation in Oslo. In Italien, das ist die Fondatione del Banca del Monte di Luca und der Körperstiftung in Hamburg. Jeder dieser vier Stiftungen hat einen Kurator beauftragt, drei Teilnehmer für dieses Projekt zu benennen und so wurden insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus jetzt neun europäischen Ländern für die aktuelle Runde ausgesucht. In dieser Auswahl, Sie fragen vielleicht, was ist der Award, was ist der Preis, in dieser Auswahl liegt im Grunde diese Auszeichnung, denn die Fotografen erhalten nicht nur eine rund anderthalbjährige Begleitung, eine fachliche Begleitung durch ihren jeweiligen Kurator. Sie werden auch zu Treffen und Workshops eingeladen und können ihre Arbeiten am Schluss in einer Wanderausstellung zeigen an vier renommierten Ausstellungsorten in Paris, in Oslo, in Lucca und eben in den Deichtorhallen im Haus der Fotografie in Hamburg. Wesentliches Kennzeichen von EPEA ist, dass den Teilnehmern ein Thema mitgegeben wird. Für die Arbeit der Körperstiftung ist diese Verbindung von den Künsten, in diesem Fall der Fotografie mit gesellschaftlichem Thema, ein großes Anliegen, ein langes Anliegen bereits. Schon der Körperfoto Award gab den damals aus dem deutschsprachigen Raum ausgewählten Fotografinnen und Fotografen ein Thema an die Hand. Und EPEA setzt diesen Ansatz auf europäischer Ebene fort. Vor zwei Jahren, als diese EPEA-Runde begann, hätte wohl kaum jemand geahnt, mit welcher Brisanz sich das Thema 2016, 2017 weiterentwickeln würde. Shifting Boundaries, fließende Grenzen, heißt das Thema des aktuellen EPEA, zu dem zwölf junge Fotografinnen eingeladen wurden. Heute vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht Zeuge dieser Shifting Boundaries werden, sei es in politischen, in geschichtlichen, religiösen oder gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und einige Bilder der Ausstellung können in der Tat schon als Zeitzeugnisse gesehen werden, denn schon heute hat sich die Situation, die Sie dort in den Deichtorhallen auf den Bildern sehen, bereits wieder verändert. Die Vorstellung, dass Grenzen trennen, ist gegenwärtig für unser Denken bestimmend. Grenzen oder Begrenzungen geben aber auch den Dingen erst ihre Kontur. Sie geben einen Umriss und Unterscheidungsmerkmale. Für Gestalt und Form, ja möglicherweise auch für die Konstitution der Persönlichkeit und des Denkens, An sich ist die Grenze, das Abgrenzen, unerlässlich. Doch werden diese Grenzen zumeist erst dann wahrgenommen, wenn sie berührt, wenn sie überschritten oder wenn sie verschoben werden. Wie sie uns prägen, diese Grenzen, beleuchtet dieser Abend aus drei ganz unterschiedlichen Perspektiven. Deswegen haben wir heute eingeladen einen Psychiater und ärztlichen Direktor der psychiatrischen Abteilung in Ochsenzoll, eine Kunsthistorikerin und Spezialistin für Migration und Kulturtransfers und einen Filmemacher, den die Fluchtgeschichte eines jungen Mannes aus Kamerun nicht losgelassen hat. Ein herzliches Willkommen im Körperforum, Klaas-Henrich Lammers, Burku Dokramaci und Jakob Preuß. Herzlich willkommen bei uns. Durch das Gespräch führt heute Abend Elisabeth Burchardt. Sie ist in Wien geboren, lebt seit 2001 in Hamburg und sie arbeitet seit vielen, vielen Jahren im Kunstkontext. Seit Anfang 2016 ist sie zudem Ausbildungskandidaten der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft in Hamburg. Elisabeth Burchardt war Dramaturgin am Züricher Schauspielhaus, Chefdramaturgin am Staatstheater Schwerin und Kulturjournalistin beim NDR. Sie verfasste außerdem Theaterstücke, Hörspiele und Features. Für die Körberstiftung moderierte Elisabeth Burchardt mehrere Veranstaltungen, darunter Podiumsgespräche im Körberforum zur IPA 2014 und die Diskussion Denken im Raum zum Thema, wie Ausstellungen unser Denken verändern können. Meine Damen und Herren, die Ausstellung ist noch zu besichtigen bis zum 1. Mai. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort hinzugehen und gleichzeitig möchte ich Sie auf den Katalog zur Ausstellung hinweisen, der heute Abend hier auch erhältlich ist. Sie können beim anschließenden Glas Wasser oder Wein gerne einmal im Ansichtsexemplar blättern und natürlich auch ein Exemplar käuflich erwerben. Und nun wünsche ich uns einen interessanten Abend und darf Sie, unsere Podiumsgäste, zur ersten zugegeben sehr kleinen Grenzüberschreitung des Abends bitten, nämlich vom Parkett zum Podium. Vielen Dank. Applaus Ja, schönen guten Abend noch einmal von mir bei diesem öffentlichen Nachdenken über Grenzerfahrungen. Wir verhandeln dieses Thema vor dem Hintergrund einer Fotografie der ungarischen IPA-Fotografin Ildiko Peter. Sie setzt sich mit den Grenzen zu ihrem Heimatland auseinander. Auch dieses Foto, das Original, ist noch bis zum 1. Mai im Haus der Fotografie zu sehen. Wir haben es gehört. Danke, Kai-Michael Hartig. Da sind Sie. Wir beleuchten das Thema Grenzerfahrungen aus sehr verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Richtungen. Kunst, Film und Psychiatrie sind heute hier vertreten. Ich stelle Ihnen die Gäste gleich noch einmal vielleicht etwas detaillierter vor, möchte Ihnen aber zuerst meinen Ablaufplan bekannt geben. Wir möchten da schon einen Rahmen setzen, damit wir hier nicht ausufern bei so einem großen Thema. Wir werden hier ungefähr eine Stunde miteinander sprechen und dann werden Sie die Gelegenheit haben, Ihre Anmerkungen und Fragen an die Gäste unseres Podiums zu richten. Also merken Sie sich gut, was bei Ihnen anfällt. Unsere Gäste sind für Ihre Fragen offen. Noch einmal herzlich willkommen, Klaas Hinrich Lammers, Psychiater, Psychotherapeut, ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Abteilung in Ochsenzoll. Sie haben vor allem mit affektiv gestörten Patientinnen und Patienten zu tun. Ganz kurz gesagt, was bedeutet das? Also affektiv gestört sind wesentlich depressive, bipolar Erkrankte, die aber durchaus auch so psychotische Zustände haben. Also im Grunde genommen schon das Spektrum der schwer Erkrankten. Also das ist immer so ein bisschen, was ich ja schon mal im Vorgespräch sagte, das ist halt nicht diese Rudi-Ellen-Erkrankung, wo ich von mir sage, naja, im Grunde genommen, sondern das sind wirklich schwer, schwer erkrankte Menschen. Also Psychose ist das Stichwort. Wir werden auch über das Krankheitsbild der Schizophrenie sprechen, wo psychotische Zustände eher die Regel als die Ausnahme sind. Und wir werden uns generell mit Ihrer Hilfe der Frage widmen können, was genau passiert, wenn psychische Grenzen sich auflösen oder sich verschieben. Einen Platz weiter sitzt der Filmemacher Jakob Preuß. Im Moment wirklich Grenzgänger zwischen den Welten. Sie waren in der vorigen Woche oder bis heute in Kiew, in Berlin, in Bonn und jetzt sind Sie gerade aus Düsseldorf gekommen. Nicht gleichzeitig, das weiß ich nicht. Ah, okay. Das wäre multiple Persönlichkeitsführung. Heute nur aus Düsseldorf. Heute nur aus Düsseldorf. Dies aber in einer wichtigen Mission, nämlich um Ihren neuen Film als Paul über das Meer kam vorzustellen. Wir werden über diesen Film sprechen. Sie haben da einen jungen Flüchtling begleitet, der aus Kamerun über die Sahara nach Marokko und von dort über das Meer, so heißt ja auch der Film, nach Europa, nach Berlin gekommen ist. Herzlich willkommen, Herr Preuß. Schön, dass Sie auch noch bei uns sind. Und unser nächster Gast ist Professor Burju Dogramaci. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sie haben seinerzeit in Hamburg Kunstgeschichte und Germanistik studiert und unterrichten und forschen heute am Institut für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Ihr Schwerpunkt, Herr Hartig hat es schon gesagt, liegt bei der Kunst des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart und Sie werden uns darüber berichten, in welcher Weise Migration und Exil sich auf künstlerische Produktionen auswirken. Und wir werden auch über den Heimat- und Identitätsbegriff auch in der Kunst sprechen. Sie haben in Ihren Büchern, die ich mit großem Genuss gelesen habe, sehr kritische Anmerkungen zu nationalen Heimat- und nationalen Identitätsbegriffen. Herr Professor Lammers, wir beginnen bei Ihnen und zwar mit einem Störungsbild, das das Wort Grenze schon im Namen trägt, beziehungsweise Grenzlinie, die Borderline-Störung. Es ist wahrscheinlich allgemein mein bekannt, auch Ihnen bekannt, dass es sich da um eine sehr schwere Störung handelt. Aber lassen Sie uns einmal genauer hinsehen, wo verläuft denn diese Grenzlinie, diese Borderline? In welche Regionen scheidet diese Linie voneinander? Das ist im Grunde eine ganz interessante Frage, weil in der Psychiatrie gab es ein Krankheitsbild, was man sich nicht so richtig erklären konnte. Es waren vorwiegend junge Menschen, die sich selbst verletzten, Suizidgedanken haben, Impulsdurchbrüche hatten, manchmal auch in so quasi psychotische Zustände abgelehnten, also Realitätsverlust hatten, aber dann doch nicht so richtig, dass man nicht wusste, haben die jetzt eine Schizophrenie? Man sagt ja, nein, haben sie nicht. Haben sie eine Neurose? Nein, ist es auch nicht. Und irgendwann hat man gesagt, das sind Menschen, die auf der Grenze zwischen diesen Neurosen, können wir gleich darüber sprechen, was das ist, und der Psychose sind. Und diese Grenze ist im Grunde genommen ganz entscheidend, weil psychotische Zustände zeichnen sich aus durch Realitätsverlusten. Das heißt, man kann nicht mehr eine richtige Grenze zwischen seinen eigenen Fantasien, seinen eigenen Ängsten, seinen eigenen Gedanken und der Umwelt ziehen. Und das ist im Grunde genommen die schwerste psychische Erkrankung, die man haben kann. Und Borderline ist halt eben mittlerweile eine Persönlichkeitsstörung, wo man sagt, die ticken diese Grenze an, aber kippen dann doch nicht auf die andere Seite. Also kurzfristig sind Sie auf der anderen Seite, kehren aber wieder zurück, wenn ich das... Genau. Ich meine, kurzfristig kann jeder Mensch in einem psychotischen Zustand umkippen. Das haben viele schon erlebt bei einer schweren Grippe oder bei schweren, gerade Fiebererkrankungen. Da kommt man in Zustände, wo man nicht mal weiß, träume ich jetzt, ist Realität. Im Nachhinein denkt man, mein Gott, da war ich aber schon neben der Spur, wie man so schön sagt. Aber im Grunde genommen, und das ist das Entscheidende bei dieser Grenze, ist, ob ein Mensch jederzeit sagen kann, ich habe die Kontrolle. Also ich kann unterscheiden zwischen mir und der Umwelt und ich kann diese Grenze jederzeit ziehen. Ich kann sie zwar überschreiten, aber ich tue es willentlich und ich kann wieder zurückgehen. Also Sie haben es noch in der Hand. Der Neurotiker hat es in der Hand. Der Neurotiker hat es in der Hand. Der Neurotiker gleitet auch nicht den Realitätsverlust ab. Der hat vielleicht Vorstellungen, die ein bisschen extremer sind, aber kann jederzeit sich anpassen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, wenn wir über Grenzen und psychische Erkrankungen sprechen. Es gibt Erkrankungen, wo man diese Grenze nicht mehr definieren kann. Und das ist ein Kontrollverlust. Und dieser Kontrollverlust geht halt wirklich mit einem immensen Leid einher, weil man nicht mehr in der Lage ist, ganz banal für sich zu sorgen, für die wichtigsten Dinge im Leben, für sich einzustehen. Sie haben mehrere Beiträge veröffentlicht, in mehreren Büchern auch, auch zum Thema Borderline. Sie haben einmal eine Borderline-Station aufgebaut. Was mich hier sehr spezifisch interessiert, ist, Sie sagten, Sie formulieren das auch in diesem Beitrag, dass Sie große Ängste hatten angesichts der bevorstehenden Patienten auch. Diese Ängste sind auch, ich verkürze es jetzt ein bisschen, wohl auf die Übertragungsgefühle, die ein Therapeut da hat oder haben kann, bezogen. Übertragungsgefühle sind die Gefühle, die ein Therapeuten, Analytiker, ein Psychiater angesichts eines bestimmten Patienten hat. Lässt sich ganz kurz skizzieren, was da spezifisch ist bei diesen Borderline-Patienten, bei diesen Patientinnen und Patienten, die auf dieser Linie spazieren gehen? Also ich glaube, die größte Herausforderung, und Übertragung ist schon ein sehr diffiziles Konzept, die größte Herausforderung ist, wenn Sie einem Menschen begegnen, ist, respektiert er Ihre Grenzen. Das heißt, versucht er sich nur ungefähr Ihnen anzupassen, wenn er merkt, das ist unangenehm für Sie, dass er vielleicht ein bisschen das Thema wechselt oder es dann nicht zu aggressiv ist, also dass er Sie respektiert mit Ihren Grenzen, die Sie haben. Ganz einfaches Beispiel, wenn Sie im Fahrstuhl sind, empfinden wir es als unangenehm, wenn jemand ganz dicht ist, weil wir haben so eine natürliche Distanzgrenze. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, es gibt nette Patienten, in Anführungsstrichen, die wollen Hilfe haben, die sind total dankbar, und wenn Sie sagen, das machen wir so und so, dann sagen die, Mensch, prima, und endlich habe ich jemanden gefunden, der mir hilft. Und es gibt Patienten, und dazu gehen Bordern Patienten, die im Grunde genommen zu Ihnen sofort eine extrem intensive Beziehung aufbauen und ihre Grenzen nicht respektieren und anfangen, und das ist das Spannende, eigene Probleme in Sie hineinzulegen und dort bei Ihnen zu bekämpfen. Und es gibt einen sehr schönen Satz, der macht das ganz deutlich, dieses Mein-Problem-ist-Dein-Problem. Das heißt, Patienten sind zum Beispiel extrem aggressiv und legen das in Sie hinein und sagen, Sie sind so aggressiv. Und Sie sagen, ich bin nicht aggressiv, da sehen Sie, Sie sind ja jetzt schon wieder so komisch drauf. Ja, was habe ich denn gesagt? Ja, da sehen Sie, Sie sind die ganze Zeit nur dabei und lassen mich gar nicht zu Worte kommen. Aber ich habe es auch zu Worte kommen lassen. Sie unterbrechen mich schon wieder. Und Sie befinden sich in einer Kommunikation, wo Sie merken, ich bin dort so involviert, ich habe diese Grenze nicht mehr, dass ich sagen kann, nee, das stimmt auch einfach nicht. Und das ist eine immense Herausforderung und das muss man lernen. Und als mir damals gesagt wurde, so das machen Sie es bitte, habe ich Angst gehabt. Das ist gut verständlich und gut nachvollziehbar. Es geht ja auch um den Verlust der eigenen Grenze, wenn jemand diese ständig übertritt. Verlassen wir diesen Grenzbereich und gehen wir weiter auf dieses kalte Terrain der Schizophrenie. Und zwar der echten Psychotiker. Ich hoffe, dass ich das fachgerecht ausdrücke. Was widerfährt dem Patienten in dem Moment, in dem Sie Symptome produzieren? Es gibt ja auch eine sehr zurückgezogene Form der Schizophrenie. Aber ich meine jetzt diese Form, die mit Psychosen zu tun hat. Also ganz schlecht und einfach, die Menschen hören Stimmen, obwohl keiner im Raum ist. Und diese Stimmen hören Sie so, wie Sie jetzt meine Stimme hören. Und die kommt auch für die von außen. Und man kann sogar, wenn man die in so einen Kernspinn legt, sehen, die Areale, die aktiviert sind, wenn man Stimmen hört, sind bei denen auch aktiviert. Dann kommt das Problem, dass die häufig nicht sagen können, ja, das ist eine Einbildung, sondern sagen, das ist echt. Und dann kann es passieren, dass so eine Stimme sagt, du bist schlecht, du musst dich umbringen. Und jemand springt aus dem Fenster. Das heißt, sie können im Grunde genommen keine Grenze mehr ziehen zwischen Fantasie und Realität. Dann kommen Sachen wie Verfolgungswahn, das ist so der Klassiker, kennt man auch aus Filmen. Und dann kommt eine Störung, die ist sehr spannend, auch gerade für das Thema, was uns heute Abend beschäftigt. Das sind die sogenannten Ich-Störungen. Ich-Störung heißt, dass ein Mensch glaubt, dass ein anderer Mensch seine Gedanken lesen kann. Also es wäre so, als ob ich jetzt, wo Sie mich anschauen, weiß, oh Gott, die weiß ganz genau, was ich jetzt denke. Und die steuert auch, was ich jetzt sage. Das heißt, Sie verlieren die Kontrolle über sich, weil Sie glauben, ein anderer Mensch kann das in dem Moment alles mitbekommen und lenken. Und das ist natürlich mit großen Ängsten verbunden. Zumal diese Menschen auch den Eindruck haben, dass ihre Gedanken sich ausbreiten, dass sie denken, oh Gott, was ich denke, das denken jetzt auch die Menschen im Publikum. Und das ist eine Grenzüberschreitung, die etwas ganz Wesentliches verletzt, was für uns Menschen enorm wichtig ist, nämlich ein Kontrollbedürfnis. Und es ist für diese Patientinnen und Patientinnen auch nicht mehr denkbar in diesen Schüben, in diesen Situationen, ich habe diese Erkrankung, das wird wieder sowas sein, sondern sie geraten in diesen Zustand als Eins-zu-eins-Zustand. Das ist das absolut Spannende, auch das Faszinierende, auch so schlimm diese Erkrankungen sind für jemanden, wenn man damit umgeht, dass diese Menschen sind, genauso wie sie davon überzeugt sind, oder wie ich davon überzeugt bin, jetzt Psychiater zu sein, sind die davon überzeugt, dass das der und der mir was Böses will. Und deren Empfinden, wenn man denen sagt, sie haben eine Krankheit, das stimmt gar nicht, so als ob sie mir jetzt sagen, sie sind kein Psychiater. Wo ich sage, wie kommen sie da drauf, ich bin Psychiater, das weiß ich. Und diese Realitätsverlust, diese Unvermögen, eine Distanz auch zu sich einzunehmen, quasi von oben auf sich herabzuschauen, zu sagen, kann eigentlich gar nicht sein, ist so ein ganz wesentliches Charakteristikum auch der Erkrankung. Was passiert denn da eigentlich körperlich? Was machen die Neurotransmitter, was machen die... Ah, schwieriges Gebiet. Da könnte ich Ihnen jetzt so ein paar Sachen sagen, die man auch irgendwo in der Presse lesen kann. Letztendlich muss man sagen, es weiß eigentlich keiner ganz genau. Wir können sagen, dass es Krankheiten gibt, jetzt fangen wir mal bei der Woody Allen Krankheit an, wo man sagt, das hat viel mit Entwicklungsgeschichte zu tun und Einflüssen und Erlebnissen und Eltern und, und, und. Und es gibt auf der anderen Seite Erkrankungen, wie zum Beispiel die Schizophrenie oder die bipolare Störung, wo wir wissen, das hat extrem viel mit Neurobiologie und Genetik zu tun. Nicht alleine, aber sehr, sehr viel. Sodass man sagen kann, die Menschen, die Schizophrenie entwickeln, das ist häufig so zwischen 18, 19, 20 in dem Alter, die sind, wenn man sie ganz genau untersucht, schon mit acht, neun Jahren auffällig. Bloß so subtil, dass man es noch gar nicht richtig bemerkt im Kontakt. Aber das muss man sagen, das ist schon zu einem gewissen Teil eine Gehirnerkrankung, was ja auch normal ist. Warum sollte das Gehirn als einziges Organ des Menschen nicht irgendwie auch biologisch erkranken können? Das heißt aber auch, also auch das wird viel gesagt, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, der Vorwurf, der manchmal an die Psychiatrie ergeht, die schießen wie mit Medikamenten ab, das ist ja ungerechtfertigt, weil bestimmten chemischen Vorgängen ist einfach nur mit anderen chemischen Vorgängen beizukommen. Ich habe das häufig mit Studenten, wenn die irgendwie so über Psychiatrie sprechen und nach dem Motto, ja, wenn sie Medikamente geben und wie die Menschen verändern und was weiß ich, was erstmal nicht stimmt, aber wo ich sage, ja, wenn sie Menschen in der Chirurgie aufschneiden, finde ich auch nicht gerade sehr elegant, aber muss halt sein, weil sie sagen, da gibt es eine Sache, die muss sich erreichen und es ist, wenn sie einmal, und das merkt man bei Studenten sehr schön, die kommen in die Psychiatrie zum Praktikum, die sind auf der geschlossenen Station und nach einer Woche sagen, ich hätte mir nie vorstellen können, nie, 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 was es bedeutet, so krank zu sein und ich hätte mir auch nie vorstellen können, was es bedeutet, wie wichtig ein Medikament ist, bloß, um das vielleicht einzuschränken, wissen Sie, das ist ein Spektrum, Sie haben Menschen, wo Sie sagen, da geht es nur um Psychotherapie, da geht es um Eheberatung, da geht es um Arbeitslosigkeit, da geht es um Traumata, wo wir ein bisschen bei unserem Thema sind und die brauchen keine Medikamente, die werden sogar viel zu viel verschrieben, weil man sagt, ich habe keine Zeit für die, also, und es gibt andere Patienten, wo man sagt, nein, die haben doch eine sehr, sehr neuere biologische Erkrankung, da brauchen wir Medikamente, ohne Medikamente, können wir denen nicht helfen? Also ein Störungsbild, um es nochmal zu sagen, von enorm erschreckenden Dimensionen, umso interessanter ist es aber, dass uns alle oder viele von uns so eine milde Form des Grenzverlustes durchaus auch belebend erscheint. Es wurde schon gesagt, nachher gibt es hier draußen wieder Wein und Bier, das sind ja letzten Endes auch kleine Grenzverschiebungen, die gesellschaftlich akzeptiert und auch gewollt sind, auch ein Künstler der EPA-Ausstellung hat sich mit diesem Thema visuelle Phänomene, Halluzinationen auseinandergesetzt, das möchte ich gleich mal zeigen, das ist eine Fotografie von Dominic Horgood, er stellt die Phänomene dar, die nach der Einnahme von Dimethyltryptaminen entstehen, das geht auf den visuellen Kortex und das ist eine Substanz, die aus der Haut einer bestimmten Kröte gewonnen wird, also das ist hier nicht so gängig, aber ich frage auch... Würde ich nicht sagen. Der Hauptbahnhof ist nicht weit entfernt. Aber die Aga-Kröte? Och, da müssen wir lange noch fragen, also irgendjemand wird das schon haben. Irgendjemand hat schon eine Aga-Kröten-Zuch zu Hause. Also ja, mag sein, also ich bin da tatsächlich nicht so im Feld, das kann ja noch werden, Herr Professor Lammers, ganz allgemein gefragt, was interessiert, was fasziniert uns so am Rausch, an Räuschen aller Art, an der Grenzüberschreitung, an der Erweitung dessen, was wir in unseren sogenannten Normalzuständen erleben und sehen? Das ist natürlich eine Frage, da könnten wir jetzt irgendwie sehr, sehr viele verschiedene Aspekte beleuchten, aber vielleicht einen rauszugreifen. Wir Menschen haben auf der einen Seite einen Hang oder Neigung zur Stabilität. Wir wollen gewohnte Sachen haben, das hat jeder von uns, der eine mehr, der andere weniger, aber jeder sucht nach Struktur, nach Stabilität, nach Kontrolle. So, wenn wir das nur hätten, dann hätten wir Menschen uns nie so weit entwickelt wie jetzt, weil wir haben auf der anderen Seite auch eine Neigung zu Neugier, neue Dinge zu erfahren, auszuprobieren. So, das heißt, wir sind schon Menschen, die auf der Suche sind nach Reizen, die wir nicht kennen, um die auszuprobieren. Das hat was auch mit Evolutionspsychologie zu tun. Das heißt, so Zustände, die irgendwie anders sind, können sehr reizvoll sein. Da unterscheiden sich Menschen auch. Der eine sagt, den brauche ich überhaupt nicht, der andere sagt, das brauche ich nur. Aber wir haben diese Neugier. Und diese Neugier treibt uns voran. Und diese Neugier treibt uns auch unter anderem zu Drogen. Und es ist sehr interessant, dass halluzinogene Drogen, und das ist eine halluzinogene Droge, das hat was damit zu tun, neue Sinneserfahrungen zu machen. Da gab es eine riesige LSD-Welle in Amerika, wo man sagt, da kommt man zu ganz neuen Sinneseindrücken. Während die anderen Drogen, diese Kokain, sind eher so Glücksdrogen, so beschleunigend, antriebssteigernd. Das ist eine ganz andere Art von Droge. Und abschließend eine schöne Geschichte ist, man weiß ja, dass die Menschen in Südamerika über die Antarktis gekommen sind, durch Nordamerika runter, bis zur Spitze von Südamerika gewandert sind. Und man kann an einer bestimmten Genvariante im Gehirn nachweisen, dass die, die eher neugierig sind, die findet man viel häufiger unten im Süden von Amerika, als oben im Norden. Das heißt, wir Menschen unterscheiden uns schon, in unserem Trieb neue Zustände zu suchen. Und das sind halt die Menschen, die dann auch wirklich neue Entwicklungen vorangetrieben haben und dann auch bis Südamerika runtergekommen sind. Apropos neue Entwicklungen vorantreiben, Sie geben mir ein Stichwort, nämlich das Thema Genie und Wahnsinn und Kunst und Wahnsinn. Auch ein Zusammenhang, der sehr gerne und sehr häufig hergestellt wird. Schon Aristoteles sagt, es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss von Wahnsinn. Und Hermann Hesse sagt, so wie die Verrücktheit in einem höheren Sinn der Anfang aller Weisheit ist, so ist Schizophrenie der Anfang aller Kunst, aller Fantasie. Ich weiß auch nicht zurecht, Herr Professor Lammers, was ist denn Ihrer Meinung nach dran an der Idee, dass Kunst und Wahn oder Genie und Wahn die gleichen Wurzeln haben? Also, ich glaube, mit meinem beschränkten Fachwissen um Künstler, ich glaube nicht, dass man als Künstler davon profitiert, wenn man wirklich eine Psychose hat. Ich glaube, das ist für die meisten sogar das Ende jeglicher Aspiration auf eine Karriere, weil ich glaube, dass man, um Kunst zu machen, braucht man auch ganz viel Kontrolle. Und ich glaube, wenn man immer wieder in Zustände gerät, vor allem die Kontrolle in Gleite, glaube ich, widerspricht das eigentlich auch dem Grundphänomen von Kunstmacht, nämlich kreativ zu wissen, da will ich hin, das will ich gestalten und das hat ja auch viel mit Ausdauer zu tun. Aber so ein bisschen hypomanisch sein? Ja, wissen Sie, es ist ja so, wir nennen immer das in Krankheiten, das Normalität, aber es ist ein Spektrum. Und es gibt Menschen, die sind halt sehr gemütstabil, es gibt andere, die sind extrem manisch-depressiv und in der Mitte ist so, gibt es die ein bisschen mehr Schwanken. Ich glaube, aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr oberflächlich. Ich glaube, um einen Künstler zu haben, der von so einer bipolaren Erkrankung profitiert, haben Sie vielleicht 500, die deswegen eben nicht Künstler haben, werden können, weil sie die Erkrankung haben. Und ich hatte das ja schon im Vorgespräch mal erwähnt, es gibt ein faszinierendes Buch, wo man wirklich mal merkt, was es heißt, krank zu sein, das von einem Literaten, Thomas Melle, der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich mit dem, die Welt im Rücken. Die Welt im Rücken, ja. Und er schreibt von seiner bipolaren Erkrankung und er schreibt auch von seinem Abstieg durch die Erkrankung. Und ich glaube, wenn man das gelesen hat, merkt man, dass wirklich psychisch krank zu sein, also nicht voilämmäßig, sondern wirklich psychisch krank zu sein, ist etwas, was dann eher für unmöglich, wirklich Kunst zu machen. Es gibt immer Ausnahmen, aber wissen Sie, auf eine Ausnahme gibt es halt eben die Tausend, die es deswegen halt nicht geschafft haben. Also die Idealisierung eines Krankheitsbildes zugunsten der Kunst ist schwierig. Ich finde es auch umgekehrt übrigens schwierig, die Kunst ein bisschen sozusagen in die Funktion einer Krankheit stellen zu wollen. Das ist eine persönliche Meinung. Ich würde mich erst mal kurz bei Ihnen bedanken und das Staffelholz hier direkt an Frau Professor Dora-Matschi weitergeben. Sind denn so psychopathologische Deutungswege für Kunstwerke möglich, denkbar, Gang und Gebe in Ihrem Feld? Also ich selbst beschreite diesen Weg nicht, also die mir mich nicht dieser Deutung an, aber ich finde es sehr spannend, wie wirkmächtig diese Ansätze sind. Also es gibt ein Schlüsselwerk, ein Buch, was 1963 erschienen ist von Rudolf und Margot Witkova, das heißt Born under Saturn. Und da untersuchen die beiden, wie Kreativität und Wahnsinn zusammenhängen können und verfolgen auch bestimmte Topoi und Bilder und gehen eben der These nach, dass der Gott Saturn, die Kreativität der Künstler, vor allem hier auch in der männlichen Form, der Genie ist bestimmt, die ständig changieren zwischen Melancholie und Wahnsinn, Genie und Verzweiflung. Und das ist sehr, sehr wirkmächtig, dieses Buch. Und wenn Sie auch sehen, was es zum Beispiel für Verfilmungen, Künstlerfilme gibt, Camille Clodell, das wäre eine Frau, wo auch diese Schwelle zum Wahnsinn ständig überschritten wird. Oder welche Künstler bekannt sind, dann ist es auch immer wieder Van Gogh zum Beispiel, der besonders viele Menschen interessiert. Ich glaube eher, dass das eine Form von Projektion ist und eigentlich auch ein Versuch, sich etwas zu erklären, was vielleicht nicht so erklärbar ist. Kreativität, wo kommt die her? Noch mal ganz kurz, um auf die Witko was zurückzukommen. Mich interessieren auch, wie diese Narrative in die Welt kommen und in welchen Kontexten sie in die Welt kommen. Das Buch ist von 1963. Das ist genau die Zeit, in der der Kunstbegriff sich erweitert, aber auch eine Zeit, in der Künstler sich auch einer Handschrift verweigern. Pop-Art, Minimal-Art, Konzeptkunst. Und genau in dieser Zeit kommt dieses Buch auf den Markt, was wieder behauptet, der Künstler ist wichtig, der erkennbare Künstler, der geniale Künstler. Und vier Jahre nach Witkovers Buch erscheint dann Roland Barthes Tod des Autors, der dann auch sagt, der Künstler ist nicht wichtig, es ist das Werk und der Rezipient, der dieses Werk liest, wenn es ein Buch ist, der Leser zum Beispiel oder die Leserin, die Sinn erzeugt. Das ist nicht mehr der Autor. Also diese Kontexte interessieren mich und sie zeigen auch, dass solche Zuschreibungen auch immer Aushandlungen sind. Wir wollen uns heute über die Überschreitung territorialer Grenzen beschäftigen und damit, wie sich diese Überschreitung territorialer Grenzen auf die Kunst, auf die Kunstproduktion auswirken. Und wir wollen auch, wir haben es angekündigt, auch nationale Zuordnungen aller Arten hinterfragen. Ich schalte jetzt weiter auf eine Folie, die Sie uns mitgebracht haben. Das ist diese hier. Der Künstler Hüseyin Barri Alptekin, ich glaube Jahrgang 1947, schon verstorben, hat diese Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat, wie man sieht, mit dem Thema deutscher Heimat ins Spiel gebracht. Frau Dogramaci, was steckt dahinter und darin? Ja, das ist ein durchaus komplexes Werk, das sehr glamourös daherkommt. Also Sie sehen ja Pailletten, es funkelt und glitzert und Sie sehen zwei Begriffe, Heimat und Toprak. Und erst mal besteht die Herausforderung, diese Begriffe in Zusammenhang zu bringen. Und Hüseyin Barri Alptekin referiert hier eigentlich zunächst einmal auf den Begriff, auf den deutschen Begriff Heimat, der übrigens fast in keine Sprache übersetzbar ist. Also es ist wirklich ein urdeutscher Begriff. Und wenn Sie versuchen, dass da drunter heißt, auf Türkisch Erde, Toprak Erde, wenn Sie zum Beispiel versuchen würden, den Begriff Heimat ins Türkische zu übersetzen, hätten Sie Probleme. Also da kommt so ein Begriff wie Vatan, also zum Beispiel Vaterland daher, aber es gibt keine direkte Übersetzung. Und der Begriff Toprak Erde verweist eben auch so etwas wie beheimatet sein, Vaterland, der Boden spricht da heraus. Gleichzeitig verweist der Begriff Erde auch auf so etwas wie Blut und Boden. Weil Sie sehen auch, Heimat ist hier in Frakturschrift geschrieben, die zumindest ja zeitweise im Nationalsozialismus sehr präferiert wurde, bis etwa 1940. Und was hier vielleicht auch zu deuten wäre, ist, dass es eigentlich auch um so etwas wie Migration geht, und zwar um die deutsch-türkische oder türkisch-deutsche Migrationsgeschichte, also eine gemeinsame Geschichte, obwohl Sie hier natürlich die Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold haben, also Deutsch, aber in das Ganze hat sich eben ein türkischer Begriff eingeschleust. Und Hüseyin Bahre Alptekin ist ja selbst auch ein türkischer Künstler und hat sich in dieser Arbeit eben mit dieser gemeinsamen Geschichte beschäftigt, aber auch mit bestimmten Konfliktlinien, das heißt sprachliche Missverständnisse, oder den anderen nicht verstehen zu können, weil es eben zwei Sprachen gibt. Aber auch mit bestimmten Bildern zu arbeiten und auch mit Problemen der Übersetzung, gerade wenn ein Begriff wie Heimat sprachlich so festgeschrieben ist und ja auch so viel meinen kann, also der Ort, von dem ich komme, die Sprache, die ich spreche, vielleicht ein bestimmter Duft, der mich an die Vergangenheit erinnert. Und diese Problematik scheint eigentlich in dieser Arbeit auf, ja, oder ist hier verborgen? Sie fächern da gleich einen sehr weiten Heimatbegriff auf, der mit diesem nationalen Heimatbegriff, der ja hier auch ein bisschen implizit gezeigt wird, nichts mehr zu tun haben. Also mit einer großen Selbstverständlichkeit tun Sie das bereits. Sie haben aber auch einiges darüber geschrieben, über den infrage zu stellenden nationalen Heimatbegriff, über die Frage, ob überhaupt so eine Identität, die mit dem Pass erst mal bewiesen wird, also mit einer staatlichen Zugehörigkeit bewiesen wird, ob die überhaupt noch angemessen ist. Was sind die Fragen, die Sie da stellen? Was ist der Hintergrund, vor dem sich diese Fragen stellen, auch in Ihrem Kontext? Ja, ich habe mich intensiver mit dem Begriff Heimat beschäftigt, muss aber dazu sagen, dass ich eben aus der Beschäftigung mit der Heimatlosigkeit oder Migration komme. Also mich hat eigentlich primär interessiert, was passiert eigentlich, wenn alles in einen Fluss gerät, wenn ich meine Heimat verlassen muss oder möchte und Grenzen passiere und dann in neuen Kontexten, Sprachkontexten, Kulturkontexten, lebe und arbeite, ja, auch als Künstler oder Künstlerin. Und das hat mich sehr interessiert, gerade weil wir uns ja schon im 20. Jahrhundert in einem Jahrhundert der Vertreibung, der Fluchten, der Migration und der Exile befunden haben und fürs 21. Jahrhundert wird es ohnehin vorausgesagt, dass 2050 etwa 65 Milliarden Menschen auf der Flucht sein werden. Und aus diesem Wissen heraus habe ich mich damit auch beschäftigt, wie viele, wie, was Heimat eigentlich noch bedeuten kann. Ja, gerade weil dieser Begriff so belastet ist, muss man ja auch sagen, ja, historisch belastet, weil er zum Beispiel im Nationalsozialismus sehr stark auf, sehr stark völkisch gedeutet wurde. Nochmal zu diesem nationalen Ordnungsbegriff Heimat. Sie führen das auch an, sehr humorvoll in einem, ja, es liest sich humorvoll tatsächlich, dass es auch in Museumsordnungen noch immer die staatlichen Ordnungen gibt. Also, sagen wir mal, Richter neben Polke, neben Ölen, also die deutschen Künstlerinnen und Künstler zusammen, die Italiener, die flämischen Künstler. Das ist auch eine Praxis, die offenbar, ja, noch ihr Ende nicht gefunden hat und vermutlich auch länger noch nicht finden wird. Ja, genau. Es gibt auch immer noch nationale Überblickswerke, ja, über niederländische Maler, flämische Malerei oder altdeutsche Malerei. Und in vielen Museen, wenn sie sich europaweit bewegen, gibt es tatsächlich immer noch diese sehr kanonischen Ordnungen, ja, die Italiener zur linken Seite und das geht sogar bis in die Gegenwart, in der wir uns ja befinden, wo viele Künstler eigentlich längst zu Global Playern geworden sind, aber sie werden immer noch, wie Sie erwähnt haben, den Richter neben dem Polke finden, ja. Und ich denke, da wird noch viel zu arbeiten sein, ja, um das vielleicht noch mal anders zu ordnen. Also auch um diese Verflüssigung von Heimaten und Zugehörigkeiten zu verstehen. Ich habe vor einiger Zeit im Rahmen einer psychoanalytischen Tagung einen Vortrag gehört von einer Analytikerin, Anna Leschinska-Köhnen, war das. Sie hat einen Vortrag auch zum Thema Heimat gehalten und sein aussagekräftiger Titel war Heimat ist kein Ort. Und sie erwähnt darin Migration als Chance zur Verflüssigung des Festen. Und ich musste wieder an dieses Bild der Verflüssigung des Festen denken und zwar angesichts der nächsten Künstlerin, die Sie uns vorstellen. Das ist Nesaket Ekitschi, die man hier auch im Bild zieht. Vielleicht lassen wir sie kurz wirken, bevor Sie etwas dazu sagen, zu dieser mit, jetzt, 1970 ist sie geboren, also mit Endvierzigerin, jetzt in der Türkei noch geboren, dreijährig dann nach Deutschland gekommen. Einmal wollte ich sagen, Sie meinen ja gerade, es gibt kein, oder Heimat muss kein Ort sein, dennoch ist ja der Begriff Heim in Heimat enthalten. Ja, also deshalb ist das schon etwas, worüber ich immer wieder nachgedacht habe, inwieweit ein Ort, ein Zuhause, das englische Home zum Beispiel heißt Heimat, aber auch zu Hause, inwieweit das da drin enthalten ist. Aber zu dieser Arbeit, die hat mich sehr interessiert, weil ich mich nicht nur mit Migration beschäftige, sondern auch derzeit intensiv mit Grenzen und auch europäischen Grenzen zum Beispiel, inwieweit das auch in der Kunst reflektiert wird und auch mit Karten, Landkarten. Und es gibt ja verschiedene Karten, also geografische Karten oder physikalische Karten, die sich zum Beispiel eher Gewässern auf der Welt widmen oder auch politische Karten und die zeigen Grenzverläufe von Staaten. Ja, das ist ganz wichtig, sich das nochmal zu vergewässern und nochmal vor Augen zu führen. Und hier bei Nesaket Ekeje fand ich sehr spannend, dass sie von biografischen Kartierungen ausgeht. Das heißt, das ist eine Performance und sie hat sich dort hingestellt und gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, die man jetzt nicht sieht, eine Karte entworfen. Sie hat all die Orte, an denen sie jemals gearbeitet hat, sie reist sehr viel, wie sie auch, sie reist sehr viel umher und arbeitet international, hat sie markiert durch Nägel, die sie einschlägt und fragt die Zuschauer auch immer, wo ist von hier aus gesehen ungefähr Rom oder wo ist New York und dann schlägt sie dort einen Nagel ein und verbindet diese verschiedenen Orte, an denen sie war, mit einem Faden, mit einem roten Faden und das ergibt eine ganz besondere biografische Landkarte und zwar all die Karten, all die Orte, an denen sie war und bereist hat, die markieren eigentlich so ihre Bewegungen. Das sind auch Bewegungsprotokolle und dadurch entstehen ganz andere Karten, die eben keine nationalen Grenzen kennen. Die sie ganz spielerisch passiert, weil sie dort arbeitet. Man kann natürlich sagen, das ist auch eine Art imaginäre Kartierung. Ja, erst mal so eine Karte, weil hier ja auch keine, sozusagen nichts vorgezeichnet ist, sondern sie selbstbestimmt in Interaktion mit den Zuschauerinnen, wo etwas liegen kann. Und das sind für mich ganz inspirierende, das ist eine inspirierende Arbeit, um neu über Kartierung nachzudenken. Gerade in einer Zeit, Sie haben es eingangs, wurde das ja schon gesagt, wo Grenzen wieder so eine große Rolle spielen. Ja, da nochmal nachzudenken, was für Möglichkeiten der Vermessung von Welt gibt es eigentlich noch? Und auch die Frage natürlich, wo gehöre ich eigentlich hin? Also ich habe mit der Sarkhet Eckejah auch ein Gespräch über Heimat geführt und sie hat eben gesagt, sie fühlt sich eigentlich nicht nur einem Ort zugehörig. Es gibt da zwar, Sie sehen das so einen Ausgangspunkt, rechts, da beginnt alles, ja, das könnte dann Berlin sein, da lebt sie, aber letztlich arbeitet sie so global, dass sie sich nicht festlegen möchte. Aber sie sagt auch auf Ihr Wort von Heimat ist doch ein Ort. Also Sie hatten das ja vorher kurz in Frage gestellt, diesen Satz von Heimat ist kein Ort. Sie sagt dann tatsächlich im Zitat in diesem Gespräch, das ich auch gelesen habe, wahrscheinlich kann jeder Punkt, an dem ich gerade bin, Heimat sein. Und das ist dann halt immer woanders, was wiederum für mich dieses Bild der sich verflüssigenden, dieses sich auflösenden und immer weiter wandernden Heimat bestärkt, in meinem Verständnis zumindest. Sie sagt noch etwas, das fand ich interessant, sie sagt, sie möchte nicht als migrantische Künstlerin abgestempelt werden. Sie sagt, das grenzt aus, man wird für bestimmte Ausstellungen, zum Beispiel über Deutsch, Türken und Migranten, dann immerzu eingeladen und das würde sie nicht so besonders interessieren. Offenbar muss man da schon auch ein bisschen sehen, dass man mit diesen migrantischen Künstlern nicht schon wieder eine eigentlich nationale Kategorie erschafft oder eine, die einer nationalen Kategorie sehr ähnlich ist. Also es ist dann nicht deutsch, französisch, sondern migrantisch. Und für mich scheint das ein Hinweis darauf zu sein, dass wir diese Verflüssigung von Begriffen, gerade des Heimatbegriffes oder des Nationalbegriffes, sehr schwer aushalten. Also es scheint immer wieder vom Flüssigen ins Feste zurückkippen zu wollen. Das Belegen mit bestimmten Begriffen, es gibt ja auch in der Literatur, zum Beispiel gab es die Gastarbeiterliteratur, dann war es die Migrantenliteratur, jetzt ist es zum Beispiel auch die deutsch-türkische oder die deutsch-iranische Literatur, eine Bindestrich-Identität sozusagen, ist auch ein Labeln, um tatsächlich auch nochmal bestimmte Kategorien aufzumachen. Und es hat auch natürlich was mit Exklusion und Inklusion zu tun. Das heißt, Deutsch bleibt dann auch wirklich biodeutsch, also geborendeutsch. Und das ist auch sehr deutlich erkennbar, an der Präsenz dieser und anderer Künstler und Künstlerinnen, zum Beispiel in ständigen Sammlungen. Gerade wenn wir über solche Kategorien wie deutsche Künstler, deutsche Kunst sprechen, gibt es auch Probleme, diese Künstler und Künstlerinnen einzuordnen. Also weil Nezaket Ekic ist zum Beispiel in die ständige Sammlung des Istanbul Modernen aufgenommen als türkische Künstlerin, obwohl sie die meiste Zeit ihres Lebens gar nicht in der Türkei gelebt hat. Aber da wird wieder nach so etwas wie Herkunft gesucht. Das Phänomen Migration, Asyl und Exil ist keines, das nur unser Jahrhundert betrifft. Es betrifft, was unser Geschichtsverständnis oder Interesse betrifft, sehr stark das vorige Jahrhundert. Und zu diesem Thema gibt es noch eine letzte Folie von Ihnen, die betrifft den Architekten Bruno Taut, der nun eine andere Bewegung vollzogen hat, nämlich aus Deutschland Richtung Türkei. Er ist 1880 geboren, Königsberg, wirkte stark in Berlin und ging dann mit der Machtergreifung Hitlers, ging er, ich glaube, 1933 erst nach Japan, dann in die Türkei. Frau Dogramaci, bitte. Genau, also da, mich interessiert sowieso, welche Geschichte Migration auch hat, ja, also um auch von diesem Singulären des Ereignisses wegzukommen, dass wir sagen, oh je, Ende 2015 brach eine riesige Fluchtbewegung über uns herein, aber jede Fluchtbewegung hat eben auch ihre Geschichte und auch eine Geschichte, die vielleicht genau in eine andere Richtung weist. Und zwar gerade in der Zeit des Nationalsozialismus haben viele, viele Künstler und Künstlerinnen Deutschland verlassen müssen und haben Europa verlassen müssen und sind in die Welt gegangen. Also da haben wir eigentlich eine Fluchtbewegung weg von Europa und nicht nach Europa. Und das ist erst mal sehr wichtig, sich das klarzumachen. Und mich hat hier, das ist ein Teil eines aktuellen Forschungsprojektes, das sich mit Fluchtbewegungen in globale Städte beschäftigt, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Städte wie New York, aber auch Mumbai oder Shanghai oder Istanbul, in denen dann tatsächlich viele deutschsprachige Künstler dann nach 1933 gearbeitet haben. Und diese Geschichte ist eben nicht sehr präsent, ja im öffentlichen Wissen kann man fast sagen. Und Bruno Taut ist eben über Japan in die Türkei gekommen, nach Istanbul 1936, wo er eine Professur an der Akademie der schönen Künste, die ist hier links eingezeichnet, Sie sehen es, übernommen hat und auch die Bauabteilung des Unterrichtsministeriums geleitet hat. Das heißt, er hat in nur zwei Jahren unzählige Schulen und auch ein Universitätsgebäude errichtet. Er hat da eine starke Spur hinterlassen. Genau, nach zwei Jahren ist er aber sehr früh verstorben. Und er hat sich ein Haus errichtet. Das sehen Sie rechts in Ortakö. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Istanbul war. Hier ist ja besonders herausfordernd die Stadttopografie und auch sehr spezifisch. Und mich interessiert bei diesem Vorhaben auch, wie ankommende Künstler und Künstlerinnen auf diese Städte reagiert haben, die ja wirklich unterschiedliche Topografien aufweisen, in unterschiedlichen Klimazonen liegen. Und mich hat da sehr fasziniert, wo Taut sein Haus errichtet hat. Und zwar nicht im damaligen Zentrum Istanbuls, also auch nicht dort in der Nähe der Akademie. Das sehen Sie hier. Und auch nicht, wo sich viele andere deutsche oder europäische Künstler angesiedelt haben, im Viertel Galata oder Bayole, sondern relativ weit außerhalb für damalige Verhältnisse in Ortakö, aber direkt am Wasser. Und Sie sehen rechts oben sein Haus, was er sich entworfen hat, was eigentlich keinen Vergleich bietet zu historischen Bauwerken in Istanbul. Also Sie werden sich vermutlich alle schwer tun, da etwas Genaues zu erkennen. Es wird sehr häufig so als Pagode bezeichnet. Man versucht da so asiatische Referenzen zu sehen oder zu finden und zu sagen, Japan war wichtig und prägend. Aber letztlich ist es so, wie es ist. Es ist irgendwie so ein Sonderfall in der Architekturgeschichte in Istanbuls. Und das Interessante ist eben, wo das Haus ist, es hat nämlich einen Blick aufs Wasser. Oben sehen Sie die Aussicht links. Und Sie können von dem Haus aus auf die asiatische Seite hinüberblicken. Und er hat sich das Haus genau dort errichtet, wo Europa und Asien am dichtesten beieinander liegen. Und genau an der Stelle wurde später auch die erste Bosporusbrücke erbaut. Ja, nicht ohne Grund, weil es dann, weil es eben die Stelle ist, wo die beiden Kontinente am dichtesten beieinander liegen. Also er hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Anknüpfungspunkt, einen möglichen Anknüpfungspunkt für weitere Vernetzungen eigentlich als den Ort, seine Seins, als sein Heim gewählt. Zumindest ist Istanbul eine Stadt, die auf zwei Kontinenten liegt, Europa und Asien. Ja, und ich finde, es ist schon eine große Geste zu sagen, mich interessiert genau der Punkt, wo eigentlich beides zusammentrifft oder wo ich auch aufs Wasser blicke zum Beispiel, was ja auch was Fließendes hat. Ja, und ich denke, hier ließe sich sicherlich auch über eine bestimmte Exilästhetik nachdenken, ja, in der Architektur oder Exilsprache, den Ort besonders zu bespielen mit einem Bauwerk. Und links noch mal ganz kurz, das ist die Architekturlehre, die er geschrieben hat, denn er war verpflichtet, auch ein Lehrbuch zu schreiben. Und in dieser Architekturlehre lässt er sehr viel einfließen von dem, was er gesehen hat. Also ihn haben osmanische Bauten interessiert, aber drin sind auch japanische Architekturen abgebildet, deutsche Architekturen, also eigentlich auch fast ein kosmopolites Werk oder ja, was eigentlich ganz viele Eindrücke zusammenführt. Man darf gespannt sein auf den Ausgang auch Ihres Forschungsprojekts, dass die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts noch mal als Verflechtungsgeschichte vor dem Hintergrund von Migration und Exil erzählen wird. Vielen Dank, Frau Professor Dokramaci. Und ich komme nun zu Ihnen, Jakob Preuß. Wir haben gerade über das Wasser gesprochen, das eine so positive Konnotation hat in dem Gespräch mit Frau Dokramaci. Das hat, also für ihren Protagonisten ihres Films, war Wasser ein sehr großes Problem. Als Paul über das Meer kam, heißt der Film, den Sie gedreht haben, in langer, langer Arbeit, 800 Tage hat alleine die Flucht des jungen Mannes, den Sie mit der Kamera begleitet haben, gedauert, dann auch noch die Produktion des Films. Wie lange waren Sie denn dabei? Also den ersten Entwurf oder das erste Konzept für diesen Film habe ich 2011 geschrieben, gleich nachdem ich meinen anderen Film in die Ukraine gemacht hatte. Und da war ich aber noch mit einem sehr anderen Konzept. Paul habe ich 2014 kennengelernt. Ich hatte erst mal eigentlich ein Konzept an den Grenzen Europas, der hieß Europe's Borderlands. Du wolltest dich mit Frontex auseinandersetzen. Ich habe relativ viel mit Frontex gemacht. Das war eigentlich aus einer Idee, mehr einer biografischen Idee, ich bin noch in West-Berlin geboren, war 14, als die Mauer fiel, habe da auch noch Bilder gefunden während der Recherche, wie ich da drauf sitze, dann fiel das. Ich habe in Frankreich Abitur gemacht, da gab es Schengen noch nicht, da stand ich auch noch an der Grenze, dann fiel das. Ich habe ein Jahr in Polen studiert, war dann plötzlich auch die Grenze weg und das war dann so, jetzt fahre ich mal los, bis ich wieder an eine neue Grenze komme. Also Sie haben tatsächlich viele Grenzerfahrungen gemacht. Ich bin ganz bewusst wirklich an die territorialen Nationalgrenzen, der Außengrenzen, da wo ich wieder einen Pass zeigen muss und habe dann sozusagen auch mal geguckt, was liegt um die Europäische Union. Ich bin glühender Europäer, war in allen Ländern der Europäischen Union, aber auch in allen anderen europäischen Ländern und habe dann gesagt, es gibt eigentlich drei große geopolitische Räume, die um die Europäische Union liegen. Das ist die ehemalige Sowjetunion, da hatte ich mir eine Grenze Polen-Ukraine ausgesucht, dann Türkei, das Tor zu Asien, also wenn man es jetzt geografisch sehen will, war sehr viel an der griechisch-türkischen Grenze, war auch mal auf Lesbos, damals waren die Fluchtbewegungen da noch nicht so stark, da war es der Grenzfluss zwischen der Türkei und Griechenland, der Evros und dann halt das Meer, Nordafrika und da war ich auf Malta und dann habe ich Paul kennengelernt und mein ganzer Film ist ganz anders geworden. Paul flieht aus Kamerun bis nach Deutschland, Sie haben ihn in den Wäldern nahe der spanischen Grenzstadt Melilla kennengelernt. Wir zeigen nun einen etwa vierminütigen Trailer dieses Films. Gleich zu Anfang dieser Trailer ist nur auf Englisch, also mit englischen Untertiteln produziert. Für die, die die Sprache nicht so gut beherrschen, lassen Sie sich auf die Bilder ein. Im Groben geht es einfach darum zu sehen, welche Stationen Paul durchlaufen hat. Wir sehen ihn zuerst in diesem Camp noch vor der Grenze, dann bei seiner Landung in Almaria, dann sehen wir ihn in Frankreich und schließlich in seiner Unterbringung in Eisenhüttenstadt. Lassen Sie die Bilder auf sich wirken. Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung im Auftrag des ZDF Los supervivientes, son 29, llegaban ayer a Almería a bordo de esta salvamar. Todo lo decía en sus caras, ni un atisbo de euforia o alegría por pisar suelo español. El horror vivido ha borrado de sus rostros cualquier esperanza. El horror vivido ha borrado por asilo en España. Si hubiera, hubiera no ser en detención. Alguien que no es deporte within 60 días tiene que ser liberado, para dejar el país sin un permiso de residencia. En el camp, dicen que Cameroon no retiene la gente. Pero pueden ser seguros? Si te digo algo, podría te detener. Ok. Si te digo algo, podría te detener. Si te digo que yo quisiera estar en un lugar donde hay un poco de noyes, podría te detener, ¿no? Es mi deseo. En Alemania, hay algo como eso, donde no encuentro casi nada. Y el desistirio es que se convierte en Alemania. Al final de la Brasilia es un asilo, donde hay muchos otros. Yacob va a partir. Yacob va a partir. Yacob va a partir de la Argentina. Yacob va a partir de la Argentina. Un nuevo desafío. Ein erster Eindruck, ein erster Trailer zu einem wirklich sehr, sehr eindrucksvollen Film. Ich konnte ihn schon sehen. Wann wird er denn bei uns zu sehen sein, Herr Preuß? Also es gibt einen Kinostart. Und hoffentlich finden wir Hamburger Kino. Das Dokumentarfilm im Kino ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in einem Dokumentarfilm im Kino waren. Aber vielleicht hier sogar ja ein paar. Das ist am 7. September. Aber wir hoffen, ihn auch vorher schon zu zeigen. Wir machen sozusagen auch Previews. Und hatten hier mit Kampnagel jetzt auch Gespräche, wo ich das Projekt auch schon mal vorgestellt habe. Es gibt eine, ich weiß nicht, ob Sie so die Facebook-Generation sind. Es gibt eine Facebook-Seite, Paul Over the Sea, wo wir das auch kundtun. Und sonst finden Sie das auch im Internet und gerne mir eine Mail schreiben. Da gibt es einen Verteiler. Da weiß ich es sehr gerne noch hin. Was wir jetzt hier im Hintergrund sehen, ist dieser Zaun von Melia, der ja wirklich etwas sehr Monumentales, etwas sehr Großes hat. Das haben ja diese Grenzwelle nun einmal an sich. Seit der Stadtmauer von Jericho, chinesische Mauer, Berliner Mauer, jetzt das große amerikanische 3000-Kilometer-Projekt. Das soll ja auch so etwas Monumentales haben. Was ich faszinierend finde, ist, dass offenbar kein Hindernis, keine Mauer, kein Zaun hoch oder groß genug sein kann, um nicht Menschen doch in das Wagnis zu locken, sie zu überwinden. Sie haben auch hier Menschen beobachtet, wie sie diese Mauer überwunden haben. Und zwar nicht rundherum gegangen, sondern wirklich buchstäblich überwunden. Mit welchen Taktiken machen diese Menschen das? Also als erstes muss man leider sagen, das verhindert schon eine ganze Menge. Also so einen Zaun kann nicht jeder überwinden. Das können nur junge, gesunde, sehr athletische Männer. Diesen Zaun gibt es jetzt in der Weise so 15 bis 20 Jahre. Das ist auch ein spanischer Polizist, mit dem ich da im Zaun bin. Mir war wichtig, auch auf die andere Seite zu gehen, mit Grenzschützern zu reden. Die Spanier zeigen einem das sehr, also die sagen, das ist auch euer Problem. Das ist nicht gerade schön, dass wir hier die Leute von den Zaun schlagen müssen. Also diese Sache immer, man kann keinen Zaun hoch genug bauen, dass die Leute nicht rüberkommen, das ist irgendwo richtig, aber es ist auch irgendwo falsch. Also ein Zaun kann schon eine ganze Menge Sachen verhindern. Und auch die Berliner Mauer hat eine ganze Menge Sachen verhindert. Also das kommt mir manchmal so ein bisschen banal. Also wir können noch so viele Zäune bauen. Nein, und deswegen ist es so wichtig, dass wir keine Zäune bauen, weil es verhindert eine ganze Menge. Das ist eine Selektion. Das sind junge Männer, die todesmutig sind. Es sterben auch immer wieder Leute dabei. Wir versuchen die Leute oft bis zu zehnmal. Mein Protagonist, zwar auch ein Mann, gar nicht so jung, war schon Mitte 30, hat gleich gesagt, das mache ich nicht, das ist mir zu brutal. Ich nehme lieber das Risiko über das Meer. Das ist auch nicht geringer. Bei seiner Überfahrt sind die Hälfte der Menschen umgekommen. Er hat großes Glück gehabt, dass er noch lebt. Aber er hat gesagt, ich lasse mich nicht auf diesen Nahkampf ein, weil das gibt es wirklich Szenen an diesem Zaun, die sind unglaublich. Trotzdem noch mal die Frage, mit welcher Taktik gehen diese Leute direkt auf dieses monumentale Hindernis? Das wäre jetzt wirklich, wie wenn wir über Taktik, wie spiele ich Fußball, das ist sehr ausgeklügelt. Also die Menschen, die am Zaun leben, in dem Wald, der recht nah ist. Sehr interessant, auch wenn wir über Grenzen, nationale Zugehörigkeit reden. Diese Camps sind sehr nach Nationalitäten sortiert. Das fand ich ein ganz interessantes Phänomen, dass also auch die Menschen, die jetzt migrieren, ganz starkes Zugehörigkeitsgefühl haben. Erstmal, ich bin Kameruner, ich komme aus Nigeria, aus Mali, innerhalb der Communities, ganz oft noch mal eine Stammenszugehörigkeit. Religion spielt eine Rolle. Also das ist eine Sache, die anscheinend die Menschheit schon sehr prägt. Auch da die Grenzziehung. Auch da die Grenzziehung. Also ich fand das Einleiten schon sehr interessant. Ich glaube, das ist auch ein menschliches Bedürfnis. Ich glaube, dann ist die große Frage, wie gehen wir damit um? Wie durchlässig ist das? Wie sehr zwingen wir Sachen auf? Wie sehr lassen wir Sachen zu? Aber das ist erst mal was Normales. Ich spiele damit auch gern. Was ist denn typisch deutsch? Was ist denn? Bin ich ein typischer Regisseur? Bin ich ein typischer Mann? Bin ich weiß ich nicht, weiß nicht. Also ich glaube, davor muss man auch keine Angst haben sozusagen. Ich glaube, das ist was Menschliches. Und das habe ich auch wirklich viel bei den Menschen dort erlebt, die ich da gesehen habe. Wie gesagt, die organisieren sich dann sehr gut. Und da wird immer nach Reihe. Erst kommen die Kameruner dran, dann die Malier. Dann gibt es auch Streit, wenn das irgendjemand macht. Das wird organisiert. Das sind oft hunderte von Leuten, die auf diesen Zaun anstürmen. Es schaffen immer nur ein ganz Paar. Man muss den Überraschungseffekt haben. Man macht es beim Morgengebet. Marokko wird dafür bezahlt, dass sie auch aufpassen. Man könnte sich ja sagen, was hat Marokko damit zu tun? Ein bisschen jetzt wie mit dem Türkei-Deal. Marokko seit sehr langem passt sehr auf mit sehr viel Gewalt, baut sogar einen Zaun auf seiner Seite, wo man denkt, warum bauen die jetzt noch einen Zaun? Wir machen einen Graben. Das ist dann also oft in den frühen Morgenstunden, beim Morgensgebet. Da gibt es dann verschiedene Aspekte. Es gibt wirklich verschiedene Jobs in der Migranten-Community, die gucken, wo am Zaun wäre vielleicht ein guter Ort, wo ist vielleicht mal ein bisschen eine undichte Stelle, wo war ein Angriff, wo wurde was nicht repariert. Da gibt es wirklich Leute, die ja auch Jahre verbringen und die sich da sozusagen auf den richtigen Moment warten. Auf den richtigen Moment warten. Es gibt sogar einen bestimmten Begriff für das, das nennt sich Sicilien, also das sind sehr viele französischsprachige Menschen aus Westafrika. Das sind dann Leute, die sich aus einer großen Gruppe rausstehen und einen kleinen Angriff ohne Zustimmung des Chefs machen. Nur zu viert oder fünft versuchen. Da gibt es auch einen Begriff hier, weil das muss man auch sehen, die Leute müssen ja Staat erfinden. Auch eine ganz spannende Sache. Die leben dort im Wald, in Camps, in formellen Camps. Die können nicht die Polizei rufen. Die marokkanische Polizei kommt nur, um da die Sachen niederzubrennen oder sie zu vertreiben oder auch zu verhaften. Das heißt, die müssen alles neu startgründen. Wer ist der Chef? Wie kann man sich gegen Gewalt wehren? Und so weiter. Das war auch ein Aspekt, den ich im Film noch mehr beleuchten wollte. Und dadurch, dass Paul dann rübergekommen ist, wie gesagt, sich das auch verändert hat, aber auch in der ersten halben Stunde natürlich thematisiert wird. Paul, wir haben es auch gesehen, kommt über das Meer. Und ich finde, diese Bilder, die nicht von Ihnen stammen, sondern aus einer Fernsehsendung, als er da in Almaria ankommt, die erschüttern mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, aufs Neue. Da ist dieser gerade noch sehr hoffnungsfrohe Mensch, wirkt wie gebrochen. Also als hätte das Überwinden dieser natürlichen Grenze des Meeres eigentlich, als wäre dieser Akt über seine physische und auch über seine psychische Grenze gegangen. Wie haben Sie ihn denn vorgefunden, als Sie ihn wieder getroffen haben? Also mir ging es genauso. Ich habe ja diese Bilder wirklich auch im Internet gefunden, im Spanischen, und habe wirklich Angst gehabt, ob er das, wie wird er aussehen, wenn ich ihn treffe? Dann die nächsten Bilder, wo er in den Handschellen ist, das ist ja auch wirklich verwunderlich, dass ein Mensch, der ein so traumatisches Erlebnis gerade hatte, 50 Stunden auf dem Meer verbracht hat, es sind acht Kleinkinder dabei ums Leben gekommen, der ja nichts verbrochen hat. Der hat zwar irregulär eine Grenze überschritten, eine territoriale, aber das ist auch nach deutschem Recht und auch nach Spanien ja kein Verbrechen, als erstes in Abschiebehaft kommt, in diesen Alcatraz-artigen Festungen. Also das hat mich auch wirklich sehr verwundert, wie wir damit umgehen und auch eine klare Grenze. Ich bin da nicht reingekommen, mir wurde gesagt, du bist Journalist. Ich habe gesagt, ich will da als Freund sein oder jedenfalls als jemand, der ihn kennt, ohne Kamera wurde nicht gestattet. Als ich ihn dann über zwei Monate danach gesehen habe, war ich erstaunt, wie gefasst er auch wieder war. Was im Film nicht gezeigt wird, ist, dass Paul mittlerweile bei meinen Eltern wohnt. Das ist eine weitere Entwicklung, die dieser Film genommen hat, sodass ich ihn sehr häufig sehe und wir machen, und jetzt seit zwei Jahren ist er in Deutschland und ich frage mich oft, kommt da noch was? Also er ist im Moment noch in diesem Modus, ich bin noch nicht wirklich angekommen, mein Status ist noch nicht gesichert und da, das müssen Sie vielleicht besser sagen, oft Psychologen, erst wenn man dann angekommen ist, dann kommt plötzlich ganz viel zurück und so lange ist man auch in so einem Modus der Anspannung, dass man auch sehr viel verdrängt. Manchmal habe ich das Gefühl, er hat eine Art, damit umzugehen, er ist sehr katholisch, sehr stark gläubig, dass das auch hilft. Ich bin immer wieder verwundert, wie viel Zuversicht er an Sachen geht und das, was ihn am meisten, vielleicht noch als Letzten sagt, was ihn sehr gebrochen hat oder was er am meisten Schwierigkeiten macht, ist die deutsche Bürokratie. Er hat immer das Gefühl gehabt, er wollte eigentlich auch nicht unbedingt Asyl beantragen, das war gar nicht so in seinem, er hat Probleme in Kamerun gehabt, aber natürlich, es war hauptsächlich, sein Vater ist gestorben, weil er keine Arbeit hatte, um ihm Medikamente zu kaufen, er gehörte dem falschen Stammmann, hat deswegen schwierig Arbeit gefunden und hatte immer gedacht, wenn ich mich korrekt verhalte und Paul ist so ein ganz Korrekter und Arbeiten machen, die die anderen nicht machen wollen, dann muss es doch eine Chance geben und dass er in diese Mühle gekommen ist hier und nicht weiß, wie es weitergeht, das zermürbt ihn extrem. Darüber möchte ich mit Ihnen gerne noch weitersprechen. Ich würde nur tatsächlich an dieser Stelle gerne Herrn Professor Lammers fragen, Sie haben auch mit traumatisierten Patientinnen und Patienten zu tun. Ist denn zu vermuten, dass bei diesem jungen Mann, der das jetzt offensichtlich oder zumindest gibt es keine anderen Anzeichen im Moment dafür, ganz gut überstanden hat, dass da noch später was nachkommt, dass eine Traumatisierung später sichtbar wird? Also die Frage ist, was man unter Traumatisierung versteht. Ja, das wäre die erste Frage. Ich würde immer erst mal vom Störungsbild ausgehen, von der posttraumatischen Belastungsstörung. Das sind Menschen, die etwas unfassbar Schreckliches erlebt haben. Das können Naturkatastrophen sein, das können Gewaltverbrechen sein, Vergewaltigung und, und, und. Und die innerhalb einer doch eng umgrenzenden Zeit auf einmal in einer Art von Schockzustand kommen, die wie gelähmt sind, die nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben zu gestalten und die dann dauernd unter diesen, man nennt das Flashbacks, unter diesen wiederkehrenden Bildern leiden, bis zum Punkt, wo sie nicht mehr schlafen können. Dann fangen viele Männer an, Alkohol zu trinken, uns zu bekämpfen und die wirklich schwer krank sind. Und je länger jemand nach einem schwierigen Ereignis das nicht hat, desto besser ist die Aussicht, dass er auch das nicht entwickeln wird. Dennoch, das ist ein Lebensthema. Und wenn Sie da Traumatisierung verstehen, der wird dann Leben lang auch mit solchen Situationen, dass der wieder daran denkt und das irgendwie versucht, weiterhin zu verarbeiten, würde ich sagen, klar, das ist ein Lebensthema. Aber die Traumatisierung als Störungsbild, wie wir, das ist dann eigentlich vorbei. Das wäre innerhalb von sechs Monaten bis ein Jahr. Also ganz, ganz selten kann das mal sehr viel später kommen, aber auch nur bei Menschen, die vor dem Ereignis schon psychisch erkrankt waren. So, wenn man sagt, da war ich bis dato ein doch relativ gesunder, psychisch gesunder Mensch, dann hat er eine sehr, sehr gute Chance, ohne eine schwerwiegende Störung dort das zu überstehen. Was im Grunde genommen erstaunlich ist, dass die meisten Menschen entwickeln keine Störung danach. Das sind ja nur, was heißt nur, es sind ungefähr, sagen wir so, zehn, 15 Prozent. Also wir Menschen haben eine ungeheure Kapazität, schlimme Ereignisse zu überstehen. Das haben wir in unserer Geschichte selbst gesehen. Und natürlich, was extrem hilft, wenn man merkt, ich kann im neuen Leben Fuß fassen. Insofern ist das natürlich, ist das furchtbar. Also man kann beschädigte Grenzen wieder errichten, wenn sie mal intakt waren. Ja, wir Menschen, ja, das hat natürlich viel mit der primären Persönlichkeit zu tun. Aber wir Menschen sind ja Weltmeister drin, uns anzupassen. So, wir sind ja, und deswegen müssen Grenzen immer verschieblich sein. Wir sind ja keine statischen Wesen. Sondern wenn wir jetzt von einer Situation, also von dieser Situation auf einmal per Zauberspruch versetzt werden, nach Köln auf dem Hauptbahnhof, würden wir ja nicht verzweifeln. Oder nach Afrika. Da würden wir sagen, gut, okay, wo habe ich jetzt einen Ansprechpartner, wo kriege ich jetzt Essen her. Das heißt, wir haben eine ungehebliche Fähigkeit zur Adaption. Das macht uns ja letztendlich auch so, in Anführungsstrichen, stark. Ich möchte noch mal, ich sehe schon, die Zeit schreitet etwas fort. Ich möchte nun doch noch mal auf eine etwas anders gelagerte Frage zurückkommen, Herr Preuß. Ich möchte gerne Ihre Situation als Filmer dieser Situationen in den Blick nehmen, weil die auch etwas mit Grenzen zu tun haben. Journalisten wird in der Regel immer mal wieder der berühmte Satz von Hajo Friedrichs um die Ohren gehauen, der da heißt, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache, dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört. Ich setze jetzt mal statt Journalist Dokumentarfilmer ein. Wie war das so mit Ihrem Grenzen, mit dem Diesseits und Jenseits der Kamera? War das in diesem speziellen Fall als Grenze überhaupt je setzbar? Ja, also ich sage Paul immer, er hat Glück, dass ich nie an der Film- oder Journalistenschule war und diesen Satz nicht so oft gehört habe, aber natürlich, also ich habe ja Jura studiert und Europastudien, aber natürlich im Laufe meines Berufes, ich habe ja jetzt auch schon einige Filme gemacht, einfach das Erfahren, wie geht man denn damit um? Man ist ja öfter mit Menschen, die in Not sind oder die irgendeine Position haben. Ich habe in diesem Film, das ist ja auch ein Thema, was ich ja dann auch sehr stark in diesem Film einbringe, da sehr bewusst irgendwann entschieden, ich durchbreche diese Grenze und ich stehe da auch noch immer hinter und höre da auch einfach auf mich, es war in diesem Fall in der Tat einfach die Frage, inwieweit helfe ich Paul auf seinem Weg dann irgendwann. Solange ich im Wald war, war ich ein bisschen von ihm abhängig, er musste mir das alles zeigen, das erklären, ich brauchte ihn, damit er die anderen, wie man so ein bisschen in dieser ersten Szene merkt, mich da einführt, die auch überzeugt, die waren ja nicht alle begeistert, gefilmt zu werden. In Spanien war er noch im Heim, hatte dann noch einen Freund und dann wollte er weiter, Spanien ist in der Krise und dann Deutschland, na Jakob, du kommst doch aus Berlin, wie ist es denn und was läuft da so, was habe ich da für eine Chance, kannst du mir nicht helfen? Da waren Sie der Führer durch den Wald. Genau, da habe ich natürlich auch gezögert und wusste in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, dass ich eingreife, dass ich das auch in den Film einbaue. Sie haben trotzdem immer mal wieder auch künstliche Grenzen zwischen ich, der Filmer und du, das Objekt meines Filmes gebaut. Ich möchte abschließend auf diese eine Szene, die sehr faszinierend für mich war, zu sprechen kommen. Da sind Sie schon, also er wird, Paul wird verteilt nach Eisenhüttenstadt, gerät in diese Stadt per Zug und dann kommt aber nicht weiter, weil er hat das Geld, er hat den einen Euro für den Bus, der in diese Unterbringung führt, nicht dabei. Und Sie als Filmer tun nichts, Sie halten nur drauf. Also Sie hatten für diesen Tag beschlossen, dafür hassen mich alle, wenn Sie den Film sehen, das ist ganz schlimm. Also es gibt immer so 70% hassen mich, 30% den Busfahrer, weil der hätte ja auch mal ein Auge zu geben. Also die Szene muss man, glaube ich, in der Tat sehen, es ist die längste Szene in dem ganzen Film, zwei Minuten ungeschnitten. Die habe ich natürlich in dem Bewusstsein darin gelassen, dass die starke Reaktion hervorheben wird. Da muss man wissen, ich hatte Paul also schon geholfen. Er war dann beim Lageso, das kennt man mittlerweile wahrscheinlich auch in Hamburg, das hat sich herumgesprochen. Damals war das noch vor dem großen Trailer, ich wusste nicht, was das Lageso ist, wir mussten das suchen. Und Berlin ist, wenn ich es mal einfach so sagen darf, zu blöd, oder vielleicht liegt das in unserem föderalen System, einem Asylbewerber, der nach Brandenburg verteilt wird, ein Busticket für Eisenhüttenstadt zu geben. Weil das ist eine andere Stadt, ein anderes Bundesland und das kriegt er nicht. Eigentlich hat er natürlich das Recht, er kriegt das Ticket nach Eisenhüttenstadt, dem BVG-Ticket für Berlin, aber das schaffen sie nicht. Das ist auch sehr schön im Film gesehen, da apropos deutsche Bürokratie, da wird gefilmt, wie Paul auch schon in weiser Voraussicht. Das ist unglaublich. Paul, nach diesem Ticket, wie komme ich in Eisenhüttenstadt weiter? Und an diesem Schreibtisch der auskunftsgebenden Person herrscht große Verwirrung und sie sagt dann nur, ja, da müssen Sie halt schauen. Genau, das ist eine Szene, die ich liebe, weil im Nelageso arbeiten natürlich Menschen, die dann Französisch sprechen. Es war einmal ein Tunesier, das gefiel mir gut, weil ich halb in Tunesien lebe, das gefiel dem auch gut. Und dann war es eine Dame aus Vietnam, die halt auch Französisch sprach. Genau, und Paul, in dieser Situation, der wirklich andere Sachen im Kopf hatte, aber da er so ein ganz korrekter Typ ist, hat sofort gesagt, wo kriege ich das Ticket für diesen Bus? Weil man hat das irgendwie alles aufgezeichnet, ich hätte da nie dran gedacht. Und dann passierte genau das, er steigt in diesen Bus, der Busfahrer, nee, Ticket, Ticket. Und alle Umstehenden so, ja, da waren auch noch ein paar andere Geflüchtete, die aber auch nicht reagierten. Und dann dreht er sich zur Kamera, zu mir, aber natürlich auch im Film jetzt zum Publikum und sagt, ein Euro, ein Euro kostet das. Und er fand das auch wirklich in echt nicht lustig. Ich kann mich ein bisschen entschuldigen, ich kann mich ein bisschen entschuldigen, ich habe das in dem Moment gar nicht so stark gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es sonst ausgehalten hätte, weil ich dachte, er wird das irgendwie schaffen. Sie waren stark auf der Filmerseite. Naja, ich kann es Ihnen erklären. Ich dachte, irgendjemand wird Ihnen diesen Euro geben oder der Busfahrer wird sagen, komm, steig ein, weil noch dazu eine Kamera. Also das war schon jemand, der sagte, nee, ich zeige jetzt mal, wie es hier lang geht in Deutschland. Und ein Ticket ist ja nichts, ist mir egal. Und ich dachte, ich will filmen, wie der Bus abfährt. Und dann will ich aber selber in den Bus rein, weil wir hatten kein Auto dabei. Und dann hätte ich da gestanden mit meinem Kameramann und wäre nicht weitergekommen. Und war die ganze Zeit nur dabei überlegen, wie kann ich dem Busfahrer ein Zeichen geben, dass er zwar aus dem Bild fährt, aber dann noch mal kurz anhält, weil es nicht einfach gewesen wäre. Deswegen war ich wahnsinnig abgelenkt und habe erst im Schnittraum eigentlich entdeckt, wie dieser flehende Blick da an mich geht, der dann wirklich kaum auszuhalten ist. Allerletzte Frage an Sie. Wird es eine Fortsetzung geben? Werden Sie das Leben, das weitere Leben von Paul weiter verfilmen oder geben auch Sie da diese Rolle an? Es haben mir sehr viele jetzt gesagt, das wäre ganz spannend. Also Paul wartet jetzt auf eine Entscheidung im Asylverfahren. Statistisch ist es sehr unwahrscheinlich, dass er Asyl bekommt. Allein aus Kamerun, das sind 0,01 Prozent. Und sein Fall, da gibt es sicherlich viele sozioökonomische Gründe, aber wahrscheinlich wird es nicht ausreichen, um zu Asyl. Das ist auch ein Thema des Films. Es müsste vielleicht einen Spurweg zu geben. Andere Gründe. Er arbeitet Vollzeit in einem Seniorenheim, er pflegt Demenzkranke. Wir kommen da auch wieder über Grenzüberschreitungen. Kann man sicherlich gut reden. Und viele sagen mir, jetzt ist natürlich ganz spannend, wie es weitergeht. Ich kann es, glaube ich, schwer leisten, weil ich A, nicht mehr so viel in Deutschland im Moment bin und B, ich auch dieses, was eine andere Grenzüberschreitung war, bei meinen Eltern zu drehen. Wir haben für diesen Film wirklich nur zwei Stunden, einmal ein Mittagessen, was eine ganz kleine Szene ist, sozusagen zum Abrunden. Ich habe sehr gezögert, meine Eltern wollten am Anfang nicht. Ich wusste gar nicht, wie ich mich dann da verhalten soll. Bin ich dann Filmemacher oder Sohn? Habe mich für Sohn entschieden. Deswegen laufe ich da auch irgendwann mal durchs Bild und merke das gar nicht. Habe auch da erst Sachen entdeckt. Also Paul lebt jetzt bei Ihren Eltern? Paul lebt in einem, genau, in einer kleinen, sie haben eine kleine Einliegerwohnung, in einer Zimmerwohnung, wo er jetzt lebt. Und was ich, glaube ich, versuchen würde, weil auch, das ist eine ZDF-Produktion auch, also er kommt dann nächstes Jahr nach dem Kinostart dann auch an ZDF, vielleicht einen anderen Regisseur zu finden, was ich sehr spannend fände, der jetzt diese Geschichte übernimmt. Und jetzt übernehmen Sie, meine Damen und Herren, wir sind bereit für Ihre Fragen, Anmerkungen. Gibt es denn Fragen zu den Gebieten, die wir hier aufgefächert haben von Ihrer Seite? Zum Feld der Grenz, des Grenz, genau. Ja, ich hätte mal eine Frage zum Thema Genie und Wahnsinn. Also ob es denn nicht so sein kann, dass es Menschen gibt, die besonders intelligent einerseits und besonders sensibel andererseits sind und quasi nicht bereit oder nicht in der Lage sind, diese ganzen Widersprüche und dieses ganze Irre, was uns umgibt, auszublenden und dass Sie daran verrückt werden. Warum jetzt nicht? Vielleicht Frau Dogramati. Ich habe immer ganz viel Angst, über Wahnsinn zu reden, weil man findet sich ja dann doch immer wieder und denkt, ich bin ja doch wahnsinnig, jetzt weiß ich es endlich. Also wenn Sie von Wahnsinn sprechen als schwere psychische Erkrankungen, die bekommt man in der Regel nicht, weil in der Umwelt die Reize irgendwie so schwierig sind. Also das kann so einen Schub auslösen. Aber jetzt zu sagen, naja, der war so sensibel und die Widersprüche der Umwelt, die hat er so ernst genommen, dass es ihn zerrissen hat. Also würde ich, habe ich es in der Form noch nicht erlebt, was nicht heißen soll, dass nicht Umweltprobleme auch auf uns Einfluss haben. Aber ich, was Sie vorhin auch sagten, dieses Wahnsinn und Kunst, vielleicht kann man das gar nicht erklären, Kreativität. Das klingt immer so schön, ja, man muss ein bisschen wahnsinnig sein, kreativ zu sein. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, wenn man das wirklich mal untersuchen würde, ob so viele Künstler wirklich psychisch krank sind. Also vielleicht Alkohol ein bisschen und ein paar Musiker halt, also Drogen, ja. genau, weil ich sage, am Bundestag in der Kloake findet man Kokainspiegel da erheblich über den anderen Gebieten liegt. Also ich finde, das wäre zu einfach, das auf so einen Punkt zu bringen. Und wenn ich es hinzufügen darf, ich finde es auch langweilig. Also mich als Psychiater, wenn ich ein Buch lese, einen Film sehe, mich interessiert nicht, oder Franz Kafka zum Beispiel, da könnte man Ewigkeiten da sagen, der hat eine Persönlichkeitsstörung und Psychosen, aber das ist doch vollkommen uninteressant. Also ich finde es vollkommen uninteressant, wenn ich ein Buch lese, mich zu fragen, ja, war der vielleicht psychisch krank, weil das ist ja nicht Kunst. Das ist Reduktionismus. Hier, Frau von Bismarck. An den Psychiater, könnten Sie eine direkte Analogie ziehen zwischen diesen Grenzziehungen, die Sie einführen in Ihrem Fachbereich und unserer Angst, also unserem Populismus und der Angst der Menschen, dass die Grenze ihrer Nationen eingerissen wird? Kann man das Spiegel, kann man da eine Projektion anlegen? Könnte man da grafisch Folien übereinander legen und sagen, ja, ja, so ist das auch? Oder ist das zu klein gedacht? Also auf keinen Fall zu klein gedacht. Ich habe im Vorfeld auch mir überlegt, ja, das passt eigentlich alles so gut, dass es schon beängstigend ist, dass man sagt, für eine psychische Stabilität müssen Sie Grenzen ziehen, Sie müssen auch so eine Meinhaftigkeit haben, das gehört zu mir, Sie müssen auch Sachen als nicht zu mir gehörig definieren und gleichzeitig müssen Sie die Grenzen immer wieder überschreiten, um sich fortzuentwickeln. Ich glaube, so als Topos ist das ganz geeignet, aber dann ist es wiederum gefährlich, weil dann kann man irgendwie sagen, ja, wir müssen unsere Grenzen auch dicht machen, weil das macht einen instabil. Also ich glaube, das reicht bis zu einem gewissen Punkt, aber man soll es nicht übertreiben. Aber genau den gleichen Gedanken hatte ich vorher auch, dass es im Grunde genommen immer um Stabilität, aber auch um Fortentwicklung geht. Da hinten war ein Herr und da hinten ist dann noch ein Herr. Mir kommt in den Sinn, dass es ja auch genau umgekehrt so ist, dass Grenzen ja auch zum Wahnsinn führen. Also wir wissen das ja aus den KZs oder aus anderen Situationen, wo gefoltert wird. Der zweite Gedanke ist, neben diesen individuellen Möglichkeiten der Entwicklung einer Psychose, würden mich auch diese kollektiven Wahnsinne, mit denen wir konfrontiert sind, auch interessieren. Aber das ist nicht Ihr Gebiet, Herr Dr. Lamas. Nein, also da habe ich auch im Vorfeld darüber nachgedacht, dass die Verführung zu groß ist, aber eine Sache ist ganz wichtig, also für mich persönlich, Psychiater, Psychotherapeuten sind keine Welterklärer. Ja, das klingt, das bietet sich unser Ansatz vor, der kann Ihnen letztendlich erklären, wie das alles zustande kommt. Nein, also das sind Phänomene, die sind soziologisch, die sind ökonomisch, die sind kulturell. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich der Psychoanalyse mal ein bisschen vorwerfe, dass sie so eine Vorstellung, tut mir leid, das muss jetzt sein. Ich warte ab, wir reden noch. Die Psychoanalyse suggeriert, wir können alles erklären. Wir haben ein Modell, um euch zu erklären, wie die Welt ist, haben sie nicht. Gleichwohl kann man drüber nachdenken, aber das können wir alle hier und dann bin ich jetzt nicht der, der sagt, ich bin dazu prädestiert. Also ich muss ganz kurz wirklich widersprechen. Psychoanalyse, glaube ich, kann, will gar nicht die Welt erklären. Sie kann sie ertasten, sie kann sie erahnen. Sie ist da im Gegenteil sehr zurückhaltend. Sie stellt eigentlich sehr, sehr viele Fragezeichen über vieles und alles, was wir Analytiker tun, verstehen wir eigentlich als eine Art Versuch. Wir gehen ja nachher noch essen. Wir gehen noch essen. Was ich tatsächlich, was mir an dieser Stelle, aber glaube ich, noch wichtig ist, nicht glaube ich, was mir tatsächlich noch wichtig ist zu sagen, wenn wir über Psychosen, über Wahnsinn sprechen, müssen wir sehr stark trennen. Es gibt so einen populären und im allgemeinen Sprachgebrauch verwendeten Wahnsinnsbegriff, der etwas mit ich werde wahnsinnig zu tun hat oder mit einem Entgleisen oder aus dem Gleichgewicht geraten und es gibt halt das Störungsbild und das ist ganz anders gelagert und das hat auch Grenzen, das hat auch eine sehr klare Definition, was das eigentlich ist und da dürfen wir auch unterscheiden. Also es ist, ja, genau. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, ich würde gerne an der Stelle mit Trauma und so gerne weitermachen, aber ich möchte da ein anderes Thema. Heimat ist ja doch, Sie wiesen darauf hin, auf die Nähe zum Heim. Aber gerade, wenn ich sage, ich gehe heim, dann ist es sicher das Heim. Aber wenn ich jemand sage, ich muss ins Heim, dann ist es genau das Gegenteil. Das ist genau das, wo immer wieder wir, ich bin selbst so ein Heimleiter mal gewesen, ja, aber wir haben immer versucht, das herzustellen, was wir als Heim, als positives suchen. Aber nirgends ist es so zu schaffen, das Heimgefühl, das Heimatgefühl oder das Zuhause zu sein, herzustellen, wie in einem Heim. Ich denke, vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Ja, es ist sehr schön, dass Sie das als Beispiel bringen. Das ist natürlich auch der Wunsch. Das ist ja auch eine Form von Projektion, zu sagen, ein Kinderheim kann so etwas wie Heim und Heimat sein. Ja, aber ich möchte noch mal darauf verweisen, dass in dem Begriff Heimat auch das Unheimliche und das Unheimische steckt. Und Freud hat ja zum Beispiel über das Unheimliche eine sehr schöne Abhandlung geschrieben, wo er sagt, das Unheimliche ist eben das Vertraute, was einem fremd wird auf einmal. Also so zum Beispiel im eigenen Zuhause eine knatschende Treppe, die auf einmal so ein Grauen erzeugt. Und ich denke, diese Verwandtschaft von bestimmten Begriffen ist da sehr, sehr interessant. Oder es gibt zum Beispiel die neue Heimat, Sie erinnern sich vielleicht. Ja, also da merkt man einfach, wo das alles hinführt. Und das einfach versucht wird, hier etwas vielleicht zu projizieren oder aufzurufen, was eigentlich teilweise auch das Gegenteil sein kann. Ich hätte gerne von Ihnen noch eine kurze Meinung zu der Ausstellung E-Pair. Die haben Sie ja wahrscheinlich gesehen. Nun sind das ja ganz junge Fotografinnen Fotografinnen und Fotografen, die da aus sehr unterschiedlichen Perspektiven das Thema Grenze festhalten. Ist das vielleicht auch eine Frage an Sie? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt heute gerade eine Umfrage im Radio gehört, wonach eben gerade junge Menschen, die für Europa sind, zu 80 Prozent, und für die ist es ganz selbstverständlich, dass die Grenzen wegfallen sollten. Also wir haben ein ganz klares Generationenunterschied. Ist das ein historisches Phänomen? Also wenn man jetzt auf die Kunst guckt, wenn man jetzt weiter zurück in die Vergangenheit guckt, ist das etwas, was in Auflösung, in Bewegung ist, unser Verständnis von Grenzen? Oder ist das eine anthropologische Konstante, dass wir immer Angst haben, dass die Grenzen sich auflösen? Oder sind wir im 21. Jahrhundert jetzt so weit, dass wir etwas dazugelernt haben, dass wir so nicht weiterdenken können? Also das, finde ich, ist eine wichtige Frage, ob wir uns irgendwo befinden oder ob wir uns in der Bewegung irgendwo hin befinden. Also ich glaube, wir können überhaupt nicht von einer Entwicklung irgendwo hinsprechen, weil also wer hätte von uns gedacht, dass nach Schengen Grenzen wieder so eine Rolle spielen können. Also ich glaube, das ist ein Bedürfnis, was tief im Menschen drinsteckt. Wenn wir zurückschauen in die Jahrhunderte, immer wieder der Wunsch, Grenzen zu ziehen oder auch an alte Grenzen wieder zurückzukehren und die wieder nachträglich noch mal zu ziehen. Und ich glaube, dieses Bedürfnis, Grenzen zu ziehen, sich abzugrenzen von anderen und auch auf seinem Territorium zu beharren, das ist vielleicht, ich kann es mir anders erklären, vielleicht eine Art Urbedürfnis. Also weil, wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, wie die Welt eigentlich aussieht, wenn wir vom All auf die Welt blicken, sehen Sie da überhaupt keine Staatsgrenzen. Und auch Gebirge, Flüsse kennen keine Staatsgrenzen. Und trotzdem gibt es eben dieses Bedürfnis, Territorien zu beanspruchen. Und ich glaube, das, was wir jetzt erleben, ist tatsächlich vielleicht wieder eine Art Renaissance, aber es kehrt immer wieder. Und ich glaube, wir müssen uns verabschieden von dem Gedanken, dass es irgendwann eben überhaupt keine Grenzen mehr gibt, weil wir schon auf dem besten Weg dahin waren. Das ist so meine Meinung, dass eben bestimmte Bedürfnisse immer wieder kommen und auch eine Sehnsucht da ist, wieder Grenzen zu ziehen. Und selbst nach Schengen waren ja zum Beispiel die europäischen Außengrenzen verhärtet, umso härter oder umso schwerer zu überwinden. Ja, also von daher ist das Thema Grenze eigentlich ein Dauerthema. Also aber vielleicht gibt es eine andere Meinung. Um gleich dort anzuschließen, die Alltagspsychologie, die ja jeder von uns hat, hat einen Kardinalfehler, dass man versucht, bestimmte Sachen aus den Menschen, aus der Person heraus zu erklären. Und dabei sind Kontextfaktoren die allerwichtigsten. Das heißt, jetzt können Grenzen vielleicht fallen in der EU, weil da ein gewisser Reichtum da ist, eine gewisse Stabilität, da fällt es leicht, Grenzen locker zu sehen. In dem Moment, wo dieser Kontextfaktor sich verändert, haben sie innerhalb von Bruchteilen einer Zeit Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich und Deutschland und Dänemark. Das hat man in der Geschichte immer wieder gesehen. Das ist kontextabhängig. Deswegen ist es ja auch, glaube ich, so wichtig, um jetzt mal so ein bisschen was zur Stabilität zu sagen, dass man den Kontext aufrechterhalten kann. Und was ich noch unbedingt sagen muss, das lag mir vorhin auf der Zunge, weil sie auf Bürokratie so zu Recht, auch Kafka hat ja viel darüber geschrieben, so ein bisschen kritisch geblickt haben. Es gibt Studien, die zeigen, der Bürokratisierungsgrad einer Gesellschaft korreliert mit ihrem Reichtum, mit dem Wohlstand. Das heißt, die Vorstellung, weniger Bürokratisierung, da wäre alles besser. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Deutschland hat einen sehr hohen Bürokratisierungsgrad, Griechenland extrem niedrigen. Aber das nur eine kleine Randbemerkung. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein erfreuliches Schlusswort wäre. Das wollte ich auch nicht sagen. Deswegen frage ich noch mal in die Runde, ob noch jemand eine Frage hat. Ja, eine gibt es noch. Ich würde noch die eine von dem Herrn hier aufnehmen und uns nachher von Ihnen verabschieden wollen. Dankeschön. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Die Weltbürgerschaft, die Albert Camus für sich in Anspruch genommen hat, würde dieses Dasein die Grenzen verändern? Oh. Jetzt sind Sie dran. Jetzt bin ich dran. Also ich habe mir in der Tat sehr, sehr viel Gedanken über Nationalstaatlichkeit gemacht. Ich finde es auch sehr interessant im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit. Da redet man ja immer von Nation Building. Da ist das sehr positiv besetzt. Auch ein bisschen hingehen. Wir brauchen natürlich Institutionen, Bürokratie, Institutionen, die funktionieren. Ich habe viele Freunde, die in der Entwicklungshilfe arbeiten und das, was man da immer versucht ist, wir brauchen Menschen, die sich zusammengehörig fühlen und das halt in einer Nation. Dann muss das nicht ethnisch geprägt sein. Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Aber wir brauchen irgendwie einen Raum, wo wir Mutual Regard, wie Paul Collier sagt, ein ganz bekannter Migrationsforscher. Und in unserem Kontext sagen wir ja oft, wir wollen den Nationalstaat überwinden. Jetzt in Europa sozusagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die EU die Überwindung des Nationalstaates wäre, sondern nur, wie wir gesagt haben, eine Verlagerung der Grenzen. Ich glaube, die EU könnte auch eine Art Nationalstaat sein. Wir haben ja in meinem Kopf Nationalstaat halt doch noch mit Blut und Boden, aber die USA ist auch ein Nationalstaat und hat diese Sachen nicht. Also die EU könnte auch ein Nationalstaat sein. Und ich bin auch, weil ich war, wie gesagt, ein Europäer und bin da dann doch auch sehr skeptisch geworden, ob nicht das wieder eigentlich auch zu einer Verhärtung führt und ob man es nicht wirklich global denken muss. Und ich glaube schon, ich mache in meinem Film eine so eine Überlegung, so alle 100, 150 Jahre habe ich den Eindruck, ändert sich etwas dramatisch, was, wenn man dann im Rückblick guckt, einem kaum vorstellbar kommt. Sowas wie Sklaverei kommt uns ja heute doch schon sehr merkwürdig vor. Feudalismus, Hexenverbrennung. Ich gebe auch noch das Beispiel, bis 1977 durften Frauen in der Bundesrepublik nicht arbeiten ohne die Zustimmung ihres Mannes. Das ist für mich in meiner Generation unvorstellbar und das ist noch gar nicht so lange her. Und ich denke mir, was ist so in 100, 150 Jahren die Sache, die vielleicht in unserer Zeit den Menschen sehr merkwürdig oder fast unvorstellbar kommt. Ich gebe völlig recht, es hat sehr viel mit Kontext zu tun und es kann besser und schlechter werden. Ich glaube aber, diese Grundungerechtigkeit der Diskriminierung aufgrund der Staatsbürgerschaft, die wir ja haben, die meiner Ansicht nach die Achillesferse des Nationalstaates ist, denn es ist einfach eine Ungerechtigkeit, die kann keiner abweisen. Dann kann man sagen, ja geht nicht anders, was sollen wir denn machen, wir sind zu viele, ist so sozusagen, aber ich glaube, das ist so eine dieser Grundungerechtigkeiten, die in dem Maße nicht aufrechtzuhalten ist. Da muss sich, glaube ich, viel ändern in der Tat, wirtschaftlich, wirtschaftlich, demografisch, aber ich glaube, die Geschichte, die ich in dem Film erzähle, dass jemand, weil er in Kamerun geboren ist und er hat dreimal versucht, ein Visum zu bekommen, das nicht schafft, dann über vier Jahre fast am Tod und hier dann auch sehr schwer hat, eine Chance zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in 100 und 150 Jahren, das sage ich jetzt gar nicht so als Aktivist, sondern wirklich probiere als Gedankenspiel, dass die Leute sagen, wow, was war das für eine Zeit. Ja, herzlichen Dank. Sie sind jetzt auch eingeladen, unsere Gäste noch einmal im Foyer draußen zu treffen. Bei diesen Gästen möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken für dieses sehr interessante Gespräch. Ich möchte es auch nicht versäumen, mich bei den Technikern, die diese Veranstaltung begleitet haben, zu bedanken und bei denen, die diese Veranstaltung überhaupt möglich gemacht haben, nämlich Kai Michael Hartig und besonders Hillary Schmalbach. Herzlichen Dank und bis gleich. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.